Und da sind wir aber auch schon wieder zu einer neuen Runde von Doom 2, Map 3 mit Doom 4 Vanilla. Geh mit mir meine Maus und Tartature. Ich mache dir ein Let's Play, das du nicht kannst ausschlagen. Bevor ich dich schlage. So, ok. Hallo? Hallo? Ich bringe die Post rein. So, das Ding wird auf, natürlich. Ähm, ja komm herrennen. Eh? Dankeschön. Komm jetzt. Och Mann, das scheint Auto eng hier. Alle weg? Sind alle Römer weg? Oh, hollosig. Ja, ja komm mal lieber her. Oh, sogar diese haben die? Halleluja. Minigun. Ich hab die Minigun. Digga, die Shotgun hat ja gar keine Reichweite. Hä? Hätten sich jetzt sogar weniger gedacht? Oh. Die wollte ich gar nicht, ich wollte meine Trottwein zu behalten. Weg mit dir. Arschgesicht. Okay, jetzt Ruhe. Hier musst du auch gut sein, sonst wäre schon nichts tot. Alter! Thanks! Junge, bitte schießen, aber Frau und Kinder, schießt die... Junge, guck mal klar auf dein Leben. Hallo, E-Beams, der Arzt. E-Beams als Berliner. Ach, komm jetzt ja damit. Die so untoten Fiecherchen halten ganz schön, ganz schön viel, aber es kann auch sein. Boah, Alter. Ich dachte schon, der Schrotflint intim erwischt mich jetzt hier. So, jetzt haben wir noch eine Rocket Launcher-Kanone. Whatever. So, das Teil von hier haben wir jetzt soweit alles. Genau, da waren wir gerade. Und den Schalter haben wir auch schon umgelegt. Das heißt, wir können jetzt nach hier. Wir haben gerade einmal Russland verloren. Kommt her! Kommt her! Bam! Uhrensohn! Bam! Uhrensohn! Wow! Scheiße! Ich wollte nicht runter! Bitte! Das hat man gerade gesehen. Bei dem einen hat man gerade gesehen, wie der extrem schnell zu mir kam. Ja. Ja, ja. Ist schon nice. Ah, jetzt nochmal. Und jetzt ist er bei dem auch nicht? Oder auch nicht? Okay. So, zuerst öffnen war das Ding hier. Mist. Das war ja mal voll... Aua, was war das denn gerade für eine dumme Idee? Na komm, gehen wir erstmal hier lang. Dann haben wir erstmal alle Gegner erledigt, hoffentlich. Hä, es fehlen noch so viele? Warum fehlen noch so viele? Ach ja. Jaja. Weil die eine Falle noch nicht ausgelöst wurde. Die direkt am Start. Die hier. Ist noch zu. Dann müssen wir wohl erstmal das Ding hier einmal auslösen. Hello! From the other side. So, haben wir das auch? Die Teleporter tun mir weh? Was war das denn bitteschön gerade? Hä? Da müsste doch mal bei diesem Backpack drin gewesen sein. Momentchen mal. Das gucken wir uns gleich mal nochmal an. Sobald ich hier mit dem Level fertig bin, gucken wir uns das Ding nochmal an. Das war ja jetzt gerade doch ein bisschen sehr seltsam. Oder war da gar kein Backpack drin, weil es das unter Doom vor Vanilla nicht gibt? Scheiße. Ich brauche mehr Anlauf. Ich brauche mehr Sprit. Ich brauche mehr Nitro. Och, willst du mich? Ich war doch gerade schon drauf. Ich werde deine Mutter... Geht doch. Okay. 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 Ja, war natürlich klar. Wir hätten erstmal wieder unser Leben auffüllen müssen. Nee. Das hat uns keinen Schaden gemacht. Der ist doch verrückt. Was war denn das, was ich gerade... Scheinbar ist er echt statt zu dem Rucksack war krass was anderes gewesen. Ach, leg mich doch. Ab ins Ziel, kein Bock mehr. Kann man hier hinten aufnehmen oder das wäre 200 Schluss? Ja, 200 Schluss. Ist ja immerhin Vanilla Doom. So, da würde ich mal sorgen. Ab in die letzte Map für dieses Special. Aber wir gehen nochmal zurück und gucken uns nochmal das Ding hier ein bisschen genauer an. Äh... No Target. Damit dürfen die Fischer hier nicht irgendwie ärgern. Jetzt möchte ich echt wissen, was dahinten ist. Du Barsch, was geht denn los? So, was bist du? Hä? Das war ein Backpack. Okay, also jetzt bin ich offiziell richtig verwirrt. Wenn das doch ein Backpack war. Erstens, warum haben wir das Backpack nicht bekommen? Weil jetzt sieht man unten bei den Munitionsstatusen, jetzt haben wir wie bei all das Doppelte. So wie es normalerweise ist, wenn man ein Backpack bekommt. Aber das haben wir nicht bekommen. Aber das haben wir nicht bekommen. Wir sind ja immer noch auf unserem normalen Niveau. Ne? Hier haben wir ja. Ne? Das sieht man jetzt schön. 350, 50, 300 Maximum. Und vor allen Dingen haben wir, als wir uns dahin teleportiert haben, Schaden bekommen. Also, das ist jetzt irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen seltsam, aber doch schon ein bisschen verrückt. Hm. Na gut. Dann ist es so. Jo. Dann sehen wir uns morgen zu der vierten Folge, schätze ich mal. Jo.